Die Treppe Martin hatte wieder etwas Interessantes gefunden. Es war eine alte, fleckige Mappe, in der ein paar vergilbte, handbeschriebene Blätter lagen. Die Schrift war immer noch gut zu erkennen. Er musste sich an den altmodischen Schreibstil erst gewöhnen, doch dann konnte er es problemlos lesen. Als er fertig war und sich die dazugehörigen Zeichnungen erst stirnrunzelnd, dann staunend angeschaut hatte, klopfte sein Herz vor Aufregung bis zum Hals. Wenn das stimmte, was in den Aufzeichnungen stand, hatte er einen echten Hauptgewinn entdeckt. Er verstaute die Mappe in seiner Tasche und beschloss, nach Hause zu gehen. Vorsichtig bewegte er sich durch die baufälligen, verdreckten Räume der alten, seit Ewigkeiten leer stehenden Villa am Waldrand von Dietzenbach. In einer Woche sollte das verfallene Gebäude abgerissen werden und Platz für neue, hübsche Reihenhäuser in der Größe eines Schuhkartons machen. Deshalb hatte Martin es ein letztes Mal besucht. Es war schon seine dritte Erkundungstour durch das Haus und er hatte gar nicht mehr damit gerechnet, noch irgendetwas Brauchbares zu finden. Er hatte die wertvollsten Gegenstände schon bei seinen ersten Besuchen mitgenommen und im Internet versteigert. Irgendwo gab es immer jemanden, der Interesse an alten, gemusterten Kacheln oder einem völlig verrosteten Kronleuchter hatte, der aber original Jugendstil war. Diese Mappe würde er nicht weiterverkaufen. Sie war von wem auch immer regelrecht versteckt worden. Er hatte sie nur deshalb entdeckt, weil die Diele, unter der sich der Hohlraum mit dem versteckt befand, von Feuchtigkeit nach oben gebogen und Martin darüber gestolpert war. Er fühlte sich, als hätte er eine geheime Schatzkarte gefunden. Eigentlich war Martin nur in das Haus zurückgekehrt, um sich von ihm zu verabschieden und noch einmal die Atmosphäre auf sich wirken zu lassen, die Luft einzuatmen, die so typisch für uralte Häuser wie dieses war. Ein anderer hätte sie nur als abgestanden, staubig und unangenehm empfunden. Nicht so Martin. Für ihn roch es nach Vergangenheit, nach Spuren von Menschen, die diese Räume einst mit Leben erfüllt hatten. Nach Geschichte. Nicht die möglichen Antiquitäten, die er an solchen Orten finden konnte, waren sein Antrieb. Es war dieser Geruch, dieses Gefühl, als würde er eine Zeitreise in jene Epoche unternehmen, als das Haus noch in neuem Anstrich erstrahlte, die Küche nach leckerem Braten duftete und frische Blumen den Tisch im Esszimmer schmückten. Er verließ die Villa durch die Terrassentür auf der Rückseite und schlich durch den verwilderten Garten zum Waldweg, der in einem großen Bogen um den Ortsteil herumführte und von den Anwohnern gern zum Joggen und Gassigehen mit dem Hund genutzt wurde. An diesem trüben Herbsttag blieb Martin allein auf dem Weg. Zu Hause angekommen, holte er die Mappe hervor, legte sie vor sich auf den Schreibtisch und blätterte behutsam durch die wenigen losen Seiten. Er rief sich noch einmal ins Gedächtnis, was er über die Villa wusste. Viel war es nicht. Vor Ewigkeiten hatte dort ein Architekt gelebt, der das Haus auch gebaut hatte. Er war alleinstehend gewesen und eines Tages von der Bildfläche verschwunden. Weil es keinen Erben gab, hatte das Haus so lange leer gestanden, bis vor einem Jahr von der Stadt die Entscheidung getroffen worden war, auf diesem Grundstück neue Häuser zu bauen. Martin fragte sich, ob der Architekt diese Seiten verfasst hatte. In der Ecke eines Blattes las er die Initialen GE. Standen die für seinen Namen? Er sortierte die Blätter in eine Reihenfolge, die für ihn am ehesten Sinn ergab. Dann begann er, sie bis zum späten Abend aufmerksam zu studieren. Was in diesen Aufzeichnungen stand, klang so absurd, so abwegig, dass es entweder von einem Verrückten verfasst worden oder von vornherein als schlechter Scherz gemeint war. Aber selbst wenn der Autor durchgeknallt gewesen sein sollte, so mochte es doch stimmen. Es war eine Bauanleitung für eine Treppe. Eine ganz besondere Treppe. Sie zu bauen schien selbst für jemanden wie Martin, der kein besonders begabter Handwerker war, nicht so schwierig zu sein. Entscheidend war, sie genau an dem beschriebenen Ort zu bauen und exakt zur richtigen Zeit zu benutzen, damit sie funktionierte. Martin sah sich in seiner Wohnung um. Im Schlafzimmer fand er die perfekte Stelle. Er musste nur seine Möbel verschieben. Es stand also fest. Er würde gleich am nächsten Tag zum Baumarkt fahren und alles besorgen, was er laut dieser Anleitung benötigte. Sein Abenteuergeist war geweckt. Es war ein aufregendes Gefühl, das ihn erst kaum einschlafen ließ und ihm später in der Nacht wirre Träume voller Treppen bescherte. Träume von endlosen Wendeltreppen, schiefen, krummen Treppen, die sich bewegten, auseinanderdrifteten und ineinanderschlangen und Martin mittendrin, der verzweifelt versuchte, auf ihnen vorwärts zu kommen, ohne herunterzufallen. Das ganze Wochenende waren aus Martins Wohnung die typischen Heimwerkergeräusche zu hören. Stundenlang bohrte, sägte und schraubte er, nahm Maß, korrigierte und trieb Nägel durch Holz, bis er am späten Sonntagnachmittag zufrieden auf sein zur Seite geschobenes Bett sank und sein fertiges Werk besah. In diesem Moment fragte er sich zum ersten Mal, ob mit ihm alles in Ordnung war. Er hatte eine Treppe gebaut, die nirgendwo hinführte. Eine Treppe mit drei Stufen, die an einer Wand endete, wo es keine Tür gab. Und alles nur, weil er diese alten Aufzeichnungen gefunden hatte und ihnen so gern glauben wollte. Seine Schwester Susanne rief an. Sie lebte am anderen Ende von Dietzenbach und trotzdem sahen sie sich nur selten. Susanne hatte einen Mann, drei Kinder, ein Haus, einen Hund und einen Vollzeitjob und engagierte sich auch noch in zwei Vereinen. Sie hatte wenig Zeit für Martin, doch immerhin telefonierten sie mehrmals im Monat miteinander. Susanne sprach es nie aus, aber Martin wusste, dass sie sich stets Sorgen um ihn machte. Sie empfand ihn als eigenbrötlerisch, als einen Außenseiter mit seltsamen Hobbys, der noch nie eine Beziehung mit einer Frau gehabt hatte. Seine Art zu leben unterschied sich völlig von Susannes Lebensstil. Aber er vermisste nichts. Das, was für seine Schwester stets am wichtigsten im Leben war, hatte für Martin keinerlei Bedeutung. Er war immer auf der Suche gewesen, auch wenn er nie wirklich gewusst hatte, wonach er eigentlich suchte. Bis jetzt. Seit er die Mappe mit den Bauplänen entdeckt hatte, ergab alles einen Sinn. Susanne lud ihn zu ihrer Geburtstagsfeier am kommenden Wochenende ein. Sie wusste genau, dass er nicht kommen würde. Er war noch nie auf einer ihrer Geburtstagsfeiern gewesen, aber trotzdem lud sie ihn jedes Jahr wieder ein. Martin sagte ihr, er würde es sich überlegen, und Susanne sagte ihm, er sollte einfach vorbeikommen, wenn er wollte. Wenn nicht, ist es auch okay, sagte sie. Martin wusste, dass sie log. Nach dem Telefonat entschied Martin, dass er nicht einfach so weggehen konnte. Er begann, seine Wohnung aufzuräumen. Er staubsaugte, putzte das Bad und die Küche und brachte den Müll runter. Dann setzte er sich an seinen Schreibtisch, nahm ein weißes Blatt Papier und seinen alten Füllfederhalter, den er auf einer seiner Erkundungstouren durch leerstehende Häuser gefunden hatte und mit dem er seitdem am liebsten schrieb. Er überlegte eine Weile, um die richtigen Worte zu finden. Es sollte ein Abschiedsbrief für Susanne werden. Als der erste Satz erst einmal formuliert war, gelang der Rest des Briefes fast von allein. Er steckte das dicht beschriebene Blatt zusammen mit den Aufzeichnungen über die Treppe in einen Umschlag und legte ihn im Korridor auf den Boden, damit Susanne ihn nicht übersah. Er wusste nicht, ob sie es verstehen oder gar glauben würde, und eigentlich war ihm das auch egal. Sie sollte es einfach nur wissen. Schließlich war sie seine einzige Vertraute. Und wer wusste schon, ob sie ihm nicht doch glaubte und ihm vielleicht sogar eines Tages folgen würde. Martin sah auf die Uhr. Noch eine Stunde. Aus irgendeinem Grund war es von höchster Wichtigkeit, dass er seinen Versuch um genau neun Uhr abends unternahm. Er duschte, zog die Kleidung an, die er zuvor sorgfältig ausgewählt und zurechtgelegt hatte und überprüfte ein letztes Mal den Inhalt seines Rucksacks, des einzigen Gepäckstücks, das er auf seiner Reise mitnehmen wollte. Wenige Minuten vor neun schickte er Susanne eine Kurznachricht auf ihr Mobiltelefon. Komm bitte morgen vorbei. Bring Schlüssel mit. Bin nicht da. Habe etwas für dich in den Flur gelegt. M. Er schaltete sein Handy aus und legte es auf den Schreibtisch. Dann schnallte er seinen Rucksack um, ging ins Schlafzimmer und stellte sich mit klopfendem Herzen vor seine selbstgebaute Treppe. Zugegeben, schön war sie nicht. Die Stufen waren unterschiedlich hoch. Drei waren es insgesamt, die mittlere etwas schief. Doch all diese Unebenheiten entsprachen exakt den Angaben in den Aufzeichnungen. Und sie war stabil genug, um sein Gewicht zu tragen. Das gleichmäßige Ticken der Standuhr im Flur war das einzige Geräusch in der ganzen Wohnung. In seinen Ohren rauschte es. Einen Moment lang fragte er sich, was er hier eigentlich machte und was jemand denken würde, der ihn jetzt so gesehen hätte. Da stand er. Martin. Mit praktischer Outdoor-Kleidung und Wanderrucksack auf dem Rücken, mitten im Schlafzimmer, vor einer Treppe, die an eine Wand ohne Tür führte. Es war eine Außenwand. Es gab also nicht einmal ein anderes Zimmer dahinter. Martins Wohnung lag im zweiten Stock. Scheinbar machte es also keinen Sinn. Er schob seine Zweifel beiseite. Ich habe alles richtig gemacht, dachte er. Und ich tue jetzt auch das Richtige. Ich würde es für den Rest meines Lebens bereuen, es nicht wenigstens versucht zu haben. Das Schlimmste, das passieren konnte, überlegte er, war eine Beule am Kopf oder eine blutige Nase, wenn er mit voller Wucht gegen die Wand seines Schlafzimmers krachen würde. Dann würde er die Spuren seiner Verrücktheit beseitigen, die Mappe vernichten und was die Nachricht an Susanne betraf, würde ihm auch eine glaubhafte Ausrede einfallen. Aber trotz aller Unsicherheiten war ihm klar, dass er an die Treppe glaubte. Er glaubte an den versprochenen Effekt. Er fühlte einfach, dass es funktionieren würde. Ob es einen Weg zurück gab? Ganz bestimmt, dachte er. Wie sonst hätten diese Aufzeichnungen entstehen können? Er hatte keine Ahnung, was ihn erwartete, denn darüber hatte nicht viel in der Mappe gestanden. Aber er hoffte, dass es ein neues, aufregendes Leben sein würde. Eines, in dem er endlich einen Platz fand. Die Uhr schlug neun. Es war soweit. Martin straffte sich. Dann wollen wir mal, murmelte er und setzte seinen Fuß auf die erste Stufe der Treppe ins Nirgendwo. Am nächsten Tag kam Susanne. Sie schloss die Wohnung ihres Bruders auf und wusste im selben Moment, dass etwas nicht stimmte. Dieses Gefühl hätte sie auch gehabt, wenn auf dem Boden zu ihren Füßen kein Umschlag mit ihrem Namen gelegen hätte. Sie hob ihn auf und ging in Martins Küche, ließ sich an seinem kleinen Tisch nieder, öffnete den Brief und fing an zu lesen. Sie las ihn ein zweites Mal und blätterte auch durch die alten Notizen in der fleckigen Mappe. Ihre Stirn legte sich in Falten, die mit jedem Wort, das sie las, tiefer wurden. Steif stand sie auf, ließ den Brief in der Küche liegen und ging vorsichtig durch den Flur in Martins Schlafzimmer. Sie spürte, wie sich die feinen Härchen in ihrem Nacken aufstellten, als sie die Treppe mit den drei schiefen, unterschiedlich hohen Stufen entdeckte. Langsam trat sie näher und starrte nun nicht mehr die Treppe mit schreckgeweiteten Augen an, sondern die Wand darüber. Auf ihr zeichnete sich ein seltsamer, großer Fleck ab. Susanne fand, dass er irgendwie die Form einer Tür hatte. Untertitelung im Auftrag des ZDF, Untertitelung im Auftrag des ZDF, Untertitelung im Auftrag des ZDF, Untertitelung im Auftrag des ZDF,